Die Kirche Der 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 Kirche Tot erdlich kann meine Vita singen. Die Henriette vom Treffens Die waren als Starr Auf der Bühne So schön gestiegen Ich hab nicht schlecht gelebt damals Kein Wandel Bis Das schwarze Tag In unserem Salon Was hier ist Er schaut mich an Und es war Als wär mir der Prinz Für die Serie Wenn ich einmal einen heirate Dann diesen Oder keinen Der Scharni Hat ein Genie in sich Das der Welt zu schenken ist Er darf sich nicht weiter Als Waldirigent Und Geigenhansl ruinieren Die Anna-Mama hat gewusst Was in ihm steckt Und ich hab's gewusst Sie hat ihn unterstützt Als Kind Und als junger Mann Aber ich Hab ihm zu Welthrom Verholfen Welthrom Und das Einen Menschen Der nix mehr fürchtet Als das Reisen Im Fiater Pippert In der Bahn Speisgebadet Am Schiff Totkrank Er kann keinen Einzigsten Aussichtspunkt Erklimmen Er hasst Hügel Nur meiner Seele Der eine Osteierspeis Der andere Erfüllung Geologischer Natur Der andere Hügel 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 Wiem An meiner Seite kommt der Torreuzer auf die Welt. An meiner Seite errobert der Schali Paris. Johann Strauß, das Glanzlicht der Weltausstellung. Schön. Immer noch schön. Er raucht seine Zigarre, seine Pfeife, tarogiert, traktiert das Biya, geht ungern aus. Er ist bieder. Lieber Herr Wandel, ich bestelle drauf, dass du bei den Datenproben anwesend bist. Rasend gern. Das Spitzentuch der Königin. Steiner ist auch da. Hans spielt auf der Partitur, aus der Partitur. Ich singe. Verzeih, gib mir ein Zeichen. Bitte. Gib mir ein Zeichen der Versöhnung. Werden zum letzten Mal aufgefordert, die Villa in Schönau nicht mehr zu belauern. Wir liegen gefeißt, wir gezwungen sind, auf Wunsch von Herrn Strauß, gerichtliche Schritte belauern? Ich will mit ihm sprechen, mich aussöhnen. Das ist doch kein Verbrechen. Ich bin nicht bereit, das geltende Urheberrecht hinzunehmen. Und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass die Tantier mit Ausschüttung bereits kurz nach Ableben des Komponisten enden soll. Ich trage einen weltberühmten Namen, Herr Strauß. Ich heiße Strauß, Adele Strauß. Heiß, geliebte Adele, was tust du in mir? Die Liebe, die ich für dich empfinde, ist bereits dort angelangt, wo der Verstand aufhört und der Wahnsinn beginnt. Schau, was hast du? Am 27. Mai finde ich meinen Garten in Gesellschaft meiner Tochter beim Teetisch in einem Mantel gehüllt, über Kälte klagend. Schon du musst dich sofort hinlegen. Kann mir bitte jemand dran helfen? Wer sorgt dafür, dass seine Musik nur unter besten Konditionen ich, 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 aller? Nennen Sie mich ruhig, forschen, unverschämt, aufdringlich, besessen. Gern, bitte. Ich bin so. Ich tue das alles für ihn. Sein Werk ist mein Leben. Es steht über alle. Ich bin so. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020